Moin Moin und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder an der Zeit für ein GTA Video und das aus ganz besonderem Anlass, denn Rockstar Games hat endlich ein neues großes Update, beziehungsweise, Moment, ich glaube ich muss es ein bisschen anders da sagen, Rockstar Games hat das bisher größte GTA Online DLC aller Zeiten endlich angekündigt. Und zwar das Kayo Perico Heist DLC. Und bei dem DLC geht es darum, dass wir, und jetzt haltet euch fest, obwohl ich denke mal die meisten wissen es von euch schon, deswegen könnt ihr auch wieder loslassen, wenn ihr euch jetzt wirklich irgendwo festgehalten habt, wir werden eine Map-Erweiterung bekommen, das heißt es wird eine neue Insel dem Spiel hinzugefügt und unsere Mission wird es sein, diese Insel quasi zu überfallen und klar, alles mitgehen zu lassen, was nicht nid- und nagelfest ist. Das Problem wird wahrscheinlich nur sein, dass diese Insel sehr stark bewacht ist, denn die Insel gehört einem sehr berüchtigten Drogendealer und ist ja klar, der möchte jetzt nicht unbedingt, dass wir da seine Sachen klauen. Das wird schon ziemlich interessant, da bin ich mir sehr sicher, was aber natürlich am besten ist. Also ich persönlich, meiner Meinung nach, ist das Beste an dem Ganzen einfach diese Map-Erweiterung, weil, ja, ich denke, die meisten von euch oder alle werden mir zustimmen. Die normale GTA 5 Map, die ist zwar cool und es macht auch Spaß darauf zu spielen, aber nach all den Jahren, irgendwann muss man auch mal was Neues sehen. Deswegen ist das eigentlich, ja, meiner Meinung nach ganz klar der beste Teil an diesem Update, einfach diese Map-Erweiterung. Und, ja, das noch Gute oder auch eines der guten Dinge an diesem Update ist, dass es nun so sein wird, dass man nicht mehr zwangsläufig zu dritt oder zu viert sein muss, denn man kann diese Mission auch alleine spielen. Also komplett alleine, solo. Und das gab es ja bisher noch nicht so wirklich bei den Heist-Missionen. Da musste man ja meistens mindestens zu zweit sein oder viert oder wie auch immer. Auf jeden Fall, diese Mission kann man dann auch alleine spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das dann bei den anderen auch irgendwie so machen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, bei denen ist es so. Zusätzlich zu dem Ganzen wird es neue Fahrzeuge geben, es wird neue Waffen geben, neue Gebäude, die man sich kaufen kann und so weiter und so fort. Es soll anscheinend auch einen Radiosender geben mit über 100 neuen Songs. Und das mit auch noch eines der besten Dinge, die jetzt dann mit dem Update dazukommen werden, ist, es wird ein bewaffnetes U-Boot-Hauptquartier geben. Das heißt, ihr seid in Zukunft nicht nur an Land und in der Luft und auf dem Wasser eine Bedrohung, sondern zukünftig auch noch unter Wasser. Also das wird sehr, sehr cool. Das weiß ich jetzt schon, das kann ich euch eigentlich schon versprechen. Und das lässt einfach den Hype auf dieses DLC nur noch umso größer werden. Ich habe nur mal wieder die Befürchtung, dass es sehr, sehr teuer sein wird und dass relativ arme GTA-Spieler wie ich sich das meiste wohl nicht leisten können. Aber ja, so ist es ja bis jetzt bei so ziemlich allen DLCs gewesen. Wir kennen das ja. Von daher ist das jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gleich mal den Trailer an, weil Rockstar Games hat auch einen Trailer dazu rausgehauen. Ist ja klar. Und ich werde es dann an bestimmten Stellen stoppen und ein bisschen was dazu sagen, was mir so aufgefallen ist, beziehungsweise, ja, was ich mir dazu erhoffe oder denke oder whatever. Hört es euch einfach an, wenn ihr wollt. Und ja, dann fangen wir auch mal direkt an mit dem Trailer. Ja, und da machen wir auch schon gleich den ersten Stopp, weil was können wir hier sehen? Richtig, erstmal einen wunderschönen Strand mit, ja, was könnte das hier sein? Vermutlich so eine Art Strandmuschel, denke ich jetzt mal. Ist natürlich jetzt für das eigentliche Spiel vermutlich eher weniger interessant, aber wie wir ja Rockstar Games kennen, sie mögen Details und wir mögen Rockstar Games dafür, dass sie Details mögen. Also passt es einfach mal wieder. So, nächster Stopp, gleich ein paar Sekunden später. Ja, hier haben wir schon mal ein bisschen einen besseren Überblick über die Insel, zwar wegen der Sonne, jetzt nicht unbedingt den besten, aber wir können schon so ein bisschen erahnen, worum es geht. Wir haben auf jeden Fall einige Klippen am Start und man kann ja auch schon die Dächer zumindest ein bisschen von den Häusern erkennen und es sieht so ein bisschen, jetzt für mich, von der Perspektive, so ein bisschen mediterran schon fast aus. Und was haben wir hier? So eine Art, ich würde es mal sagen, so eine Art, ja, Pavillon oder irgendwas Ähnliches. Schön Palmen nebendran. Also, ja, die Insel könnte auf jeden Fall auch ein ziemlich schöner Urlaubsort sein. Ja, da wird die Aussicht gleich mal ein bisschen besser. Wir können jetzt einiges von der Insel sehen, natürlich nicht alles, aber der erste Eindruck, wenn man mal die Größe sieht, ist schon sehr, sehr positiv, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Rockstar Games wirklich noch mal so eine große Map-Erweiterung raushaut, ja, beziehungsweise generell mal eine Map-Erweiterung raushaut und die dann auch noch so groß ist, weil wir können ja hier sehen, dass alles hier ist die Insel. Und wenn wir uns dieses Bild mal ein bisschen genauer anschauen, wir sehen hier links vermutlich mal eine Gruppe von Menschen, die hier, ja, in der Runde sitzt. Also so sieht es jetzt zumindest mal aus. Wir haben rechts nebendran, ja, so eine Art Sendemast, aber gut, das kennen wir ja schon, oder Sendemast kennen wir ja schon aus Los Santos. Der ist ja in der Nähe vom Winewood-Schild, beziehungsweise, gut, an manchen anderen Stellen gibt es noch weitere Sendemäste, Maste, Mäste, wie auch immer. Und, ja, im Hintergrund, wir sehen sehr viele Palmen, wir sehen aber auch Landwirtschaft, die hier offenbar betrieben wird. Also, ja, der erste Eindruck von der neuen Map ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und da kommen wir auch schon direkt zum eigentlichen Hauptthema dieses Updates, denn es geht ja darum, dass wir eine neue Heist-Mission bekommen, oder neue Heists, Heists? Ja, auf jeden Fall neue Raubüberfall-Missionen bekommen und die spielen ja zum größten Teil auf dieser Insel und da wird dieser Hafen mit Sicherheit auch noch eine große Rolle spielen. Ja, das Thema Flugzeug lässt bei mir in dem Falle so eine kleine Befürchtung groß werden, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass es am Ende so kommen wird, dass wir zwar dieses Update bekommen, aber man quasi so eine Art Flugticket kaufen muss, um dann auf diese Insel zu gelangen. und dieses Flugzeug jetzt dann, wie wir ja Rockstar Games kennen und lieben, dann am Ende, keine Ahnung, 5 Millionen oder so kostet. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Vor allem für Leute wie mich, die wie immer kein Geld in GTA haben. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es so kommt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr denkt, ja, das wird sicher so sein. Das ist einfach auch so ein bisschen meine Vermutung oder meine Befürchtung, dass es vielleicht so kommen könnte. Aber darüber habe ich jetzt nichts gelesen oder so, deswegen nicht irgendwie Angst bekommen oder sowas. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Deswegen. So, und jetzt wird es gleich mal richtig interessant, denn was können wir hier auf dem Bild sehen? Klar, Torpedos. Und wo werden Torpedos eingesetzt? Richtig, in U-Booten. Denn wie wir schon im nächsten Bild hier sehen können, ja, es gibt tatsächlich in Zukunft U-Boote. Ich vermute mal, das Ganze wird dann so sein, dass man sich diese U-Boote, beziehungsweise U-Boot-Hangars, wenn man das dann so nennt, dann ähnlich kaufen kann, wie zum Beispiel Bunker oder die Basen oder whatever, was man mittlerweile alles in GTA kaufen kann. Ja, und dann wird man sich dann ein U-Boot kaufen können und es dann natürlich wieder aufrüsten können. Und es wird wahrscheinlich wieder keine Ahnung, wie viele Millionen kosten. Ja, aber das wird auf jeden Fall richtig nice werden. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin aber auch echt mal gespannt, ob das dann so sein wird, dass man dieses U-Boot auch selbst steuern kann oder man quasi so ähnlich wie die Yacht einfach nur von einem Punkt zum anderen Punkt springen kann. Das wäre ein bisschen schade. Ich vermute aber mal eher, dass es so sein wird. Aber das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Was natürlich relativ sicher ist, dass man mit diesem U-Boot dann auch die eine oder andere Mission machen kann oder dass es in irgendeine Mission involviert ist oder irgendwas damit zu tun hat. Das ist eigentlich schon relativ sicher. Ja, Fazit zu dem Ganzen. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt darauf und ich freue mich jetzt schon, die neue Insel dann zu erkunden. Und ich werde auf jeden Fall auch das ein oder andere Video zu diesem neuen DLC dann machen, wenn es rausgekommen ist und vielleicht auch noch den ein oder anderen Livestream. Ich gehe zwar jetzt mal schon stark davon aus, dass wahrscheinlich auch jetzt, wenn ich dieses Video hochlade, das Internet schon voll ist mit Analysevideos zu diesem Trailer und ja, was könnte wie wo sein und whatever. Und vielleicht habt ihr auch schon einiges davon gesehen. Also wenn das so ist, dann trotzdem danke, dass ihr oder dass du dir mein Video auch angeguckt hast. Übrigens werde ich euch den Link zu dem Trailer auch nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, ohne dass irgendjemand die ganze Zeit was zwischen rein redet, dann klickt einfach auf den Link und dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.